Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Schulfest. Wir gehen hier heute ein bisschen mit der Kamera rum und wollen euch ein paar Eindrücke zeigen. Also würde ich sagen, viel Spaß! Musik Was haben Sie denn schon so alles gemacht? Bis jetzt eigentlich nur Technik aufgebaut, Technik geprobt. Heute habe ich gar keine Aufgabe. Nur von 8 bis 9 Uhr muss ich hier Karten verkaufen. Ich habe vor allem zugeguckt, habe mir die ganzen Stände angeschaut. Also was habe ich gesehen, wie man Lehrer abwerfen kann. Hier im Hintergrund, Entschuldigung, im Hintergrund werden Witze erzählt. Noch weiter hinten auf den Tischtennisplatten kann man Tischtennisbälle von Flaschen wegschießen. Eigentlich noch nicht viel. Ich habe mir den Stand von der Klasse 6F angeschaut und jetzt warten wir eigentlich auf die Übergabe vom Geschenk an Elternbeirat. Und dann will ich endlich mal was trinken. Also wir kümmern uns bei der Bühne hier draußen um den Ton, dass alles richtig gemischt ist und dass jeder zu hören ist. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos Hier an der Schule 37 Jahre Lang genug 2 Jahre 2 Jahre